und damit herzlich willkommen liebe freunde und solche dies noch werden wollen zu einem weiteren dirt rally 2.0 video hier auf meinem kanal ihr habt es in der video beschreibung oder vielmehr im titel schon gelesen ich fahre heute ein bisschen mit der kupplung also wir nutzen die kupplung folgendes natürlich fahre ich schon die ganze zeit mit manueller schaltung aber entweder sequenziell mit den beiden schaltwippen am lenkrad oder alternativ mit der h schaltung hier allerdings ohne kupplung sprich ich kann die gänge 1 bis 6 durchschalten ohne die kupplung dabei zu treten so da aber auch das ja irgendwann mal vernünftig gelernt werden muss auch unter rennbedingungen mit der kupplung zu fahren habe ich mir gedacht ich teil das natürlich mit euch wie ich mich an die ganze sache mal herantaste es könnte ein sehr peinliches video werden verurteilt mich also nicht ich habe das bislang glaube ich nur ein oder zwei mal ausprobiert und bin kläglich daran gescheitert aber ich gebe ja nicht auf ihr wisst das mittlerweile so und da ich aktuell immer noch für die world series trainiere fahren wir hier natürlich den weimarama sprint forward damit ich da nicht aus dem training rauskomme klar das auto wird ein anderes sein aber die strecke bleibt die gleiche wobei wenn ihr dieses video hier seht habe ich die qualifikation auf dieser strecke sehr wahrscheinlich schon hinter mir denn die findet heute abend im live stream statt statt bei euch dürfte das dann schon ein paar tage her sein dieses video hier wahrscheinlich erst ich schätze am samstag erscheint denke ich ja vielleicht auch nicht mal gucken ich weiß noch nicht wie ich es schaffe das video hochzuladen letztendlich soll ja aber auch egal sein wir gehen rein und nehmen natürlich ein eines der langsamsten autos die es gibt wenn nicht das langsamste ich muss mal eben gucken ich denke wir versuchen es ich denke wir versuchen es mit einem a2 ich denke wir nehmen den peugeot auf golf habe ich irgendwie keinen bock der heckschleuder brauche ich erstmal sowieso nicht wir nehmen den peugeot und müssen da dann natürlich gleich das getriebe noch umstellen also die die schaltung umstellen denn die steht noch auf manuell sequenziell das ändern wir gleich einmal und dann legen wir los manuelle h schaltung mit kupplung also wie gesagt es könnte sehr sehr peinlich werden ich lasse den wagen jetzt noch komplett stock ich mache da nichts am tuning und dann können wir direkt starten ich muss das mikro mal so ein bisschen an die seite nehmen ich hoffe ihr könnt mich trotzdem noch gut hören denn denn das mikro stößt sonst an die an die handbremse und das wollen wir nicht wird schon schief gehen 5 4 3 2 1 los kupplung und drei links lang und fünf rechts lang 30 3 rechts in 2 rechts extra lang zu katt macht auf 6 rechts noch den ersten runter gehen kann macht auf über kuppe 100 2 links verdeckt macht zu 30 2 rechts lang macht auf 50 da habe ich jetzt ein bisschen früh angebremst da ich ja die strecke normalerweise mit einem etwas schnell da habe ich zum beispiel dann vergessene kupplung zu treten langsam vier links über kuppe in 1 rechts macht zu 60 4 links also das muss ich definitiv noch üben in 6 rechts über kuppe in 1 links macht zu 50 voll mittig über kuppe und in 50 schon wieder vergessen die kupplung zu treten es ist so komisch ich fahr schon so lange in real life auto und ich halte mich übrigens selbst für einen guten fahrer in 2 links also ich halte mich eigentlich selbst für einen sehr guten fahrer in 1 rechts lang macht auf 6 in 2 links lang 30 1 links und 1 rechts lang macht auf voll über kuppe 80 ja ich bin die strecke definitiv mit einem schnelleren auto gewohnt wie er ist in 6 rechts doch sehr kurz übersetzter kamerad 5 links über kuppe welle 50 6 rechts lang links halten für 50 links lang nein mach ich nicht kaputt doch wir haben den reifen hinten links beschädigt da können wir nix dran machen denn wir haben keine ersatzreifen dabei also nochmal von vorn oh gott oh gott ist das peinlich 5 4 3 2 1 los kuppe und 3 links lang und 5 rechts lang 30 3 rechts in 2 links in 2 rechts extra lang macht zu cut macht auf 6 rechts in 3 links in 3 links lang macht auf über kuppe 100 ab 2 2 links verdeckt macht zu 30 2 rechts lang macht auf 50 kuppe und don't cut 1 links lang verdeckt 30 ich glaub da hätt ich den ersten runter gehen müssen langsam 4 links über kuppe in 1 rechts macht zu don't cut 60 4 links ich bin jetzt nicht kaputt in 6 rechts über kuppe in 1 links macht zu 50 voll mittig über gruppe 150 1 rechts lang, in 2 links, in 3 rechts, in 3 links lang, macht zu 2, in 1 rechts lang, macht auf 6, in 2 links lang, 30, 1 links und 1 rechts lang, macht auf voll über Kuppe, 80, 5 links extra lang und Kuppe und Sprung maybe, in 6 rechts, 30, small cut, 5 links über Kuppe, 50, 6 rechts lang, links halten, für 50, 2 links lang, macht zu, in 3 rechts, 30, small cut, 3 links, in 5 rechts lang, 160, links halten, über Kuppe, 50, 6 rechts lang, über Kuppe, macht zu, in 5 links lang, über Kuppe, macht zu, und 6 rechts, in 6 links lang, macht zu, 2, 4, über Kuppe, in langsam, 1 rechts lang, don't cut, in 2 links lang, in 2 rechts lang, in 2 rechts lang, komm schon, in 6 links, in 6 links, 30, mittig, halten, über Kuppe, langsam, 30, Kuppe und Abzweig, rechts 2, 30, Kuppe voll, und 6 rechts, extra lang, über Kuppe, 30, 6 links, 50, voll rechts, 100, 3 rechts lang, macht auf, und macht zu, 50, Abzweig, 2 links lang, in 2 rechts lang, macht auf, über Kuppe, 50, Kuppe und 2 links, small cut, in 5 rechts lang, in 5 rechts lang, in 6 links, 50, 5 rechts, und 4 links lang, macht zu, über Kuppe, auf Kuppe, in 3 rechts lang, macht auf, 80, voll mittig über Kuppe, 80, langsam, rechts, langsam, rechts halten, in 6 links, aim, lang, 50, Abzweig, 1 links, don't cut, 4 rechts lang, 100, voll mittig, über Kuppe, 150, langsam, 6 links, in Abzweig, 1 links, das cut, 50, 5 links lang, in 6 rechts, extra lang, das war, bisschen zu früh gebremst, bisschen zu spät eingelenkt, 60, Kuppe voll lang, 30, 60, von links, Kuppe, 30, über Ziel, okay, 5,44, also was ich euch sagen kann, ist, dass ich im Training, im Training für die World Series mit dem, na sag doch mal schnell, mit dem Lancia Delta, genau eine Minute schneller war, nämlich eine 4,44, aber, ich muss sagen, für das erste Mal, mit, äh, Haarschaltung, Kupplung, fand ich das eigentlich ganz okay, es macht auch Spaß, wenn man sich, äh, man muss sich dran gewöhnen, auf jeden Fall, dass man, ähm, den Bremsfuß wechselt, ja, zum Beispiel bei anbremsen auf eine Kurve, wenn man runterschalten muss, dass man dann mit dem rechten Fuß bremst, und in D-Kurven, wo man nur leicht anbremst, aber nicht schaltet, dann mit dem linken Fuß bremst, also es ist, ähm, ein bisschen tricky, aber, es macht Bock, es macht auf jeden Fall Bock, ich würde sagen, wir fahren auch direkt noch eine Runde, 5, 4, 3, 2, 1, los, Kuppe, und 3 links lang, und 5 rechts lang, 30, 3 rechts, in 2 links, in 2 rechts, extra lang, macht zu, Cut, macht auf, 6 rechts, in 3 links, lang, macht auf, über Kuppe, 100, ab 2, 2 links, verdeckt, macht zu, 30, 2 rechts lang, macht auf, 50, da, komm schon, Kuppe, und don't cut, 1 links, lang, verdeckt, 30, 6 rechts lang, 80, manchmal konzentriere ich mich einfach zu sehr aufs Schalten, und ich vergesse das Bremsen und Lenken, also die Handfuß, die Handfußkoordination fehlt da so bisschen, da war aber schon wieder zu schnell, oh, jetzt haben wir ihn abgebockt, in 6 rechts über Kuppe, in 1 links, macht zu, 50, voll mittig über Kuppe, 150, 1 rechts lang, in 2 links, in 3 rechts, in 3 links lang, macht zu, 2, in 1 rechts lang, macht auf, 6, ja, 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 scheiße, ja, auf dieser Strecke, also ich finde die Strecke echt hardcore, es passieren leider immer wieder Fehler, und leider passiert mir das auch, während ich für die World Series trainiere, also, 3, 2, 1, los, Kuppe, in 3 links lang, in 3 links lang, ungefähr 50% der Runden, die ich fahre, komme ich nicht ans Ziel, weil ich das Auto vorher kaputt mache, in 2 rechts, extra lang, macht zu, cut, macht auf, 6 rechts, in 3 links lang, macht auf, über Kuppe, 100, Abzweig, 2 links, verdeckt, macht zu, 30, 2 rechts lang, macht auf, 50, Kuppe, und don't cut, 1 links lang, verdeckt, 30, 6 rechts lang, 80, langsam, 4 links über Kuppe, in 1 rechts, macht zu, don't cut, 60, 4 links, in 6 rechts, in 6 rechts, über Kuppe, in 1 links, macht zu, 50, voll mittig, über Kuppe, 150, 1 rechts lang, in 2 links, in 3 rechts, in 3 links, in 3 links lang, macht zu, 2, in 1 rechts lang, macht auf, 6, in 2 links lang, 30, 1 links, und 1 rechts lang, macht auf, voll, über Kuppe, 80, ich hasse diese Kuppe, wie die feste Kuppe, 5 links, extra lang, und Kuppe, und Sprung, maybe, in 6 rechts, 30, 30, small cut, 5 links, über Kuppe, Welle, 50, 6 rechts lang, links halten, für 50, 2 links lang, macht zu, in 3 rechts, 30, und 6 rechts, in 6 links lang, macht zu, in 5 links lang, über Kuppe, macht zu, in 5 links lang, über Kuppe, macht zu, und 6 rechts, in 6 links lang, macht zu, 4, über Kuppe, in langsam, 1 rechts lang, don't cut, in 2 links lang, in 2 rechts lang, in 6 links, in 6 links, 30, ich hätte am 2. bleiben sollen, halten, über Kuppe, langsam, 30, Kuppe, und Abzweig, rechts 2, 30, Kuppe voll, und 6 rechts, extra lang, über Kuppe, 30, 6 links, 50, voll rechts, 100, 100, 3 rechts lang, macht auf, und macht zu, 50, Abzweig, 2 links, in 2 rechts lang, macht auf, über Kuppe, 50, Kuppe, und 2 links, small cut, in 5 rechts lang, in 6 links, in 6 links, 5 rechts, und 4 links lang, macht zu, über Kuppe, auf Kuppe, in 3 rechts lang, macht auf, 80, voll mittig, über Kuppe, 80, langsam, rechts halten, in 6 links, eng, lang, 50, 50, ab 2 links, 1 links, don't cut, 4 rechts lang, 100, voll mittig, über Kuppe, 150, langsam, 6 links, in Abzweig, 1 links, cut, 50, 5 links lang, in 6 rechts, extra lang, na komm schon, steh ich nicht so an, bisschen bedrehen, 30, 60, von links, Kuppe, 30, über Ziel, in, das war auf jeden Fall, mal eine ordentliche, Verbesserung, aber sowas von, äh, Wahnsinn, Wahnsinn, sehr gut, ich glaube, wir versuchen das Ganze nochmal, also ich bin, erstmal bin ich total stolz drauf, wie diese Runde gerade funktioniert hat, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das, so gut hinbekomme, für einige von euch, die das hier, schon jahrelang machen, Simracing an sich, ist das natürlich ein Witz, ja, aber, ich bin dennoch, stolz wie Oscar, so, jetzt erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad, ein bisschen, ähm, indem wir, mal ein etwas schnelleres Auto nehmen, aber vielleicht nicht unbedingt, Allrad, guck mal, aber wir nehmen hier einfach, okay, die sind alle schon sequenziell, macht aber nichts, wir nehmen einfach den, äh, etwas größeren Peugeot, mit ein bisschen, mit ein bisschen mehr Bums, und schauen mal, ob wir mit dem, wenigstens ein bisschen klarkommen, mal gucken, ich bin gespannt, am Getriebe habe ich eigentlich nichts umgestellt, das heißt, 5, 4, 3, 2, 1, los, und 3, links lang, und 5, rechts lang, 30, er ist auf jeden Fall giftiger als der andere, 3, 3, rechts, in 2, links, in 2, rechts, extra lang, macht zu, cut, macht auf, 6, rechts, in 3, links lang, sehr kurz, Übersetzer zweiter Gang, auf jeden Fall, macht auf, über Gruppe, 100, ab, 2, 2, verdeckt, macht zu, 30, 2, rechts lang, macht auf, 50, Gruppe und Don't Cut, eins links lang, verdeckt, 30, 6, rechts lang, 80, Boah, Alter, also der zweite Gang, ist, äh, vier links, ist ja so gut wie gar nicht vorhanden einfach. In 1 rechts, macht zu, Don't Cut, 60, 4 links, in 6 rechts über Gruppe, in 1 links, macht zu, 50, voll mittig über Gruppe, 150, also ich sollte mich angewöhnen, lang, in 2 links, in 2 links, in 3 rechts, in 3 rechts, guckt euch das an, wie der, in 3 links lang, macht zu, was für ein Wheelspin, der im 2. Gang hat, in 1 rechts lang, macht auf, 6, in 2 links lang, 30, 1 links, und 1 rechts lang, macht auf, voll über Gruppe, 80, also, was wollte ich eben sagen, ach so, 5 links, extra lang, ich sollte mir glaube ich angewöhnen, wann immer ich in den, in den zweiten, schon runterschalten will, soll ich mir angewöhnen, den dritten zu nehmen, weil der zweite ist ja quasi, fast gar nicht existent, also, so kurz übersetzt, Wahnsinn, komm schon, in 3 rechts, 30, small cut, 3 links, in 5 rechts lang, 160, scheiße, links halten, über Gruppe, 50, 6 rechts lang, über Gruppe, macht zu, in 5 links lang, über Gruppe, macht zu, und 6 rechts, in 6 links lang, macht zu, 4, über Gruppe, in langsam, 1 rechts lang, don't cut, in 2 links lang, in 2 rechts lang, in 6 links, 30, mittig, halten, über Gruppe, langsam, 30, Gruppe, und ab 2 rechts, zu, 30, Gruppe voll, und 6 rechts, selbst bei, selbst in der Kurve, wo wir die Handbremse ziehen, selbst da, ich hätte den dritten nehmen können, voll rechts, 100, 3 rechts lang, macht auf, und macht zu, 50, ab 2, 2 links lang, ist es ein Reifenschaden, hinten links, scheiße, in 2 rechts lang, macht auf, über Gruppe, 50, guck mal, schafft man den letzten Sektor, mit einem kompocken Reif, und 2 links, small cut, in 5 rechts lang, in 6 links, 50, 5 rechts, und 4 links lang, macht zu, über Gruppe, auf Gruppe, in 3 rechts lang, macht auf, 80, voll mittig, über Gruppe, 80, langsam, rechts halten, in 6 links, so war verfelgel, 50, ab 2, 1 links, don't cut, wie man mehr, 4 rechts lang, 100, oh je, 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 über Gruppe, 150, langsam, 6 links, in ab 2, 1 links, cut, wir müssen ein bisschen vorsichtiger fahren, 50, 5 links lang, in 6 rechts, extra lang, gucke voll lang, 30, 60, voll links, gucke, 30, über ziel, in, don't cut, 6 rechts, ich weiß gar nicht, was eben gerade unsere, letzte schnellste mit dem anderen Peugeot war, aber gut, das können wir eh nicht vergleichen, weil der ja viel langsamer ist, eine machen wir auf jeden Fall noch, eine noch, eine noch, jetzt bin ich gerade heiße, es macht aber auch echt Bock, die Schaltung zu fahren, das macht auch, es ist anstrengend, aber macht Bock, 3 links lang, und 5 rechts lang, 30, 3 rechts, in 2 links, in 2 rechts, extra lang, macht zu, cut, macht auf, 6 rechts, in 3 links lang, macht auf, über Kuppe, 100, Abzweig, 2 links, verdeckt, macht zu, 30, 2 rechts lang, macht auf, 50, Kuppe und Don't Cut, 1 links lang, verdeckt, 30, 6 rechts lang, 80, 4 links, die Karre, die hat einfach so viel Power, wahnsinn, macht zu, don't cut, 60, 4 links, in 6 rechts, über Kuppe, in 1 links, macht zu, 50, voll mittig, über Kuppe, 150, 1 rechts lang, in 2 links, in 3 rechts, in 3 links lang, macht zu, 2, in 1 rechts lang, macht auf, 6, na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, in 2 links lang, 30, 1 links, und 1 rechts lang, macht auch voll, über Kuppe, 80, ach du Idiot, und er ist aus, 5 links, extra lang, und Kuppe, und Sprung, maybe, in 6 rechts, 30, small cut, 5 links, über Kuppe, Welle, 50, 6 rechts lang, links halten, für 50, 2 links lang, macht zu, in 5 links lang, über Kuppe, macht zu, in 5 links lang, über Kuppe, macht zu, und 6 rechts, in 6 links lang, macht zu, 4, über Kuppe, ich habe da hinten gerade unseren Geist fahren sehen, in langsam, 1 rechts lang, aber wir wissen ja, dass er noch einen Reifen schauen kann, in 2 links lang, in 2 rechts lang, in 6 links, 30, mittig, halten, über Kuppe, langsam, 30, Kuppe, und Abzweig, rechts zu, 30, Kuppe voll, und 6 rechts, extra lang, über Kuppe, 30, 6 links, 50, voll rechts, 100, 3 rechts lang, macht auf, und macht zu, 50, Abzweig, wieso habe ich da denn jetzt, ah, ich bin so ein Idiot, wieso habe ich da denn jetzt, irgendwie Handbranche gezogen, über Kuppe, 50, Kuppe, und 2 links, small cut, in 5 rechts lang, in 6 links, 50, 5 rechts, und 4 links lang, macht zu, über Kuppe, auf Kuppe, in 3 rechts lang, macht auf, 80, nehm ihn doch, voll mittig, über Kuppe, er wollte den Gang nicht, scheiße, langsam, rechts halten, in 6 links, eng, lang, 50, Abzweig, 1 links, don't cut, jetzt haben wir auch einen Reifenschaden, einhalten und reparieren, oder weiterfahren, voll mittig, über Kuppe, 150, langsam, 6 links, in Abzweig, 1 links, das kann nicht wahr sein, 50, 5 links lang, in 6 rechts, kriegen wir hier kurz vor Schluss auch noch einen Reifenschaden, ah, dammit, los, komm, einer noch, einer noch, eine noch, 5, 4, 3, 2, 1, los, Kuppe, und 3 links lang, und 5 rechts lang, 30, 3 rechts, 3 rechts, in 2 links, in 2 rechts, extra lang, macht zu, cut, macht auf, 6 rechts, in 3 links lang, macht auf, über Kuppe, 100, 8, 2 links, verdeckt, macht zu, 30, 2 rechts lang, macht auf, 50, Kuppe und Don't Cut, 1 links lang, verdeckt, 30, 6 rechts lang, 80, langsam, 4 links, über Kuppe, in 1 rechts, macht zu, Don't Cut, 60, 4 links, 60, in 6 rechts, über Kuppe, in 1 links, macht zu, 50, voll mittig, über Kuppe, 150, 1 rechts lang, in 2 links, in 3 rechts, in 3 links lang, macht zu, 2, in 1 rechts lang, macht auf, in 2 links lang, 30, 1 links, und 1 rechts lang, macht auf, über Kuppe, 80, 5 links, extra lang, und Kuppe, und Sprung, maybe, in 6 rechts, 30, small cut, 5 links, über Kuppe, 50, 6 rechts lang, und nein, oh nein, oh nein, reifen, reifen noch eine, reifen noch eine, nein, natürlich nicht, er ist kaputt, verdammte Scheiße, Ups, 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 und 3 links lang, und 5 rechts lang, 30, 3 rechts, in 2 links, in 2 rechts, extra lang, macht zu, cut, macht auf, 6 rechts, in 3 links lang, macht auf, über Kuppe, 100, abzweig, 2 links, verdeckt, macht zu, 30, 2 rechts lang, macht auf, 50, Wieso gehe ich da immer zu schnell rein? Kuppe und Don't Cut, 1 links lang, verdeckt, 30, 6 rechts lang, 80, langsam, 4 links, über Kuppe, in 1 rechts, macht zu, don't cut, 60, 4 links, in 6 rechts, über Kuppe, in 1 links, macht zu, 50, voll mittig, über Kuppe, 150, 1 rechts lang, in 2 links, in 3 rechts, in 3 links lang, macht zu, 2, in 1 rechts lang, macht auf, 6, in 2 links lang, 30, 1 links, und 1 rechts lang, macht auf, über Kuppe, 80, 5 links, 5 links, extra lang, und Kuppe und Sprung, maybe, in 6 rechts, 30, small cut, 5 links, über Kuppe, Bälle, 50, 6 rechts lang, links halten, für 50, 2 links lang, macht zu, in 3 rechts, 30, small cut, 3 links, in 5 rechts lang, 160, links halten, über Kuppe, 50, 6 rechts lang, über Kuppe, macht zu, in 5 links lang, über Kuppe, macht zu, und 6 rechts, in 6 links lang, macht zu, 4, über Kuppe, in langsam, 1 rechts lang, don't cut, in 2 links lang, in 2 rechts lang, in 6 links, 30, mittig, halten, über Kuppe, langsam, 30, Kuppe und Abzweig, rechts zu, 30, Kuppe voll, und 6 rechts, extra lang, über Kuppe, 30, 6 links, 50, voll rechts, 100, 3 rechts lang, macht auf, und macht zu, 50, Abzweig, 2 links lang, über Kuppe, in 2 rechts lang, macht auf, über Kuppe, Kuppe, und 2 links, small cut, in 5 rechts lang, in 6 links, 50, 5 rechts, und 4 links lang, macht zu, über Kuppe, auf, Kuppe in 3 rechts lang, macht auf, 80, voll, nicht, über Kuppe, 80, komm schon, ach, läch mich doch, äh, Dreck, wo ist der scheiß Knopf, es lief so gut, es lief so gut, naja, scheiß drauf, Leute, wir sind am Ende dieser Folge angelangt, ich hoffe, es war nicht zu peinlich, ich habe mich nicht zu sehr blamiert, aber, es macht Spaß, wenn ihr auch mit dem Lenkrad fahrt, egal was für eins, und ihr habt Gas, Bremse, Kupplung vor euch, fahrt auf jeden Fall mal mit der Kupplung, ich kann es nur empfehlen, es macht mega Spaß, ähm, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr meinen Kanal bislang noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr jetzt jederzeit gern ein kostenloses Abo dalassen, haut auf jeden Fall auch auf die Glocke, damit ihr alle Benachrichtigungen bekommt, und in Zukunft nichts mehr verpasst, und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder, bis dahin bin ich raus, euer Fazio. Musik